Kannst du von dieser Minecraft-Plattform runterkommen? Wie du siehst, die Plattform ist viel zu hoch, um da einfach runterzuspringen. Wenn du da einmal runterspringen würdest, würdest du sofort sterben. Das heißt, du musst einen anderen Weg mit diesen Materialien finden, ähnlich wie hier runterzukommen, ohne zu sterben. Zuerst kommt der traurigste Moment von allen. Und zwar, du musst die Kühe alle töten, bis du genug Leder hast. Du brauchst ungefähr vier Leder. Wenn du so viel hast, dann kannst du dir daraus Lederschuhe machen. Mit den Lederschuhen kannst du über Pulverschnee laufen. Und jetzt schnapp dir den Wassereimer und mach einen Wasser-MLG hier runter. Du könntest das Wasser auch einfach runterfließen lassen, aber wenn du ein ganz guter Minecraft-Pro bist, mach doch den Wasser-MLG. Das war's mit diesem Video. Wenn du die richtige Option, die ich ausgewählt hast, und das Minecraft-Quiz dir genauso vorgestellt hast, wie ich es gemacht habe, dann schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare und like dieses Video, wenn es dir gefällt. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschaui, tschaui. Tschaui, tschaui. Tschaui, tschaui. Tschaui, tschaui. Bis zum nächsten Mal.